Prinzessin Kate hat Krebs. Das teilte die Prinzessin in einem emotionalen Statement am 22. März mit. Die Diagnose wurde nach einer Operation am Unterleib zu Beginn des Jahres gemacht, und hält seitdem die königliche Familie, abseits der Öffentlichkeit, in großer Besorgnis. Vor allem Gatte William soll sich in dieser schweren Zeit liebevoll um die Prinzessin und ihre drei gemeinsamen Kinder kümmern. Nachdem die Familie sich während der Schulferien der Mini-Royals einige Zeit auf ihr Anwesen in Windsor zurückgezogen hat, soll der Prinz jedoch nun zurück zu seinen royalen Verpflichtungen kehren. Wie der Palast am Dienstag, dem 16. April in einem Statement mitteilte, soll der Thronfolger schon zeitnah zurück in der Öffentlichkeit sein. Der Prinz of Wales wird am Donnerstag, 18. April, Sari und Westlondon besuchen, um die Bedeutung der Arbeit von Organisationen in dieser Region für die Gemeinschaft und die Umwelt hervorzuheben. So Royal-Korrespondentin Rebecca English of X, einst Twitter. Zuerst soll William Surplus to Supper, eine Wohltätigkeitsorganisation, die überschüssige Lebensmittel umverteilt und ausliefern, besuchen und danach in einem Jugendzentrum im Westen Londons vorbeischauen. Im Hinblick auf den Umweltschutz und das Retten von Lebensmitteln sei vor allem der erste Termin ein besonderer für den Earthshot-Preisgründer. So oder so wird die Freude sicherlich riesig sein, den Prinzen zurück an der Arbeit zu sehen und ihm ein Stück Normalität zu geben.